Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es einmal eine neue Ausgabe der Hertha BSC News. Das heißt, ich werde euch heute einmal wieder zusammenfassen, was in den letzten Tagen alles rund um Hertha BSC passiert ist. Dabei gehe ich auf neue Gerüchte rund um der Trainerposition ein. Ich gehe darauf ein, wie Hertha BSC gegen Greuter für taktisch spielen wird. Und natürlich werde ich auch darauf eingehen, welche Verletzungen jetzt leider neu dazugekommen ist im Laufe der letzten Spieltage. Doch bevor ich damit beginne, möchte ich ganz kurz einfach sagen, abonniert ganz gerne den Kanal. Denn wie ihr hier seht, gibt es immer noch sehr viele Zuschauer, die zwar täglich meine Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, solltest du den Kanal nicht abonnieren, dann abonniere gerne kostenlos unten den Kanal. Und ich würde sagen, sollte dir dieses Video am Ende gefallen, dann kannst du ganz gerne am Ende ein Like da lassen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum, sondern fangen direkt an mit dem heutigen Videothema. Wir fangen erstmal an, welches Trainergerücht gab es denn rund um Hertha BSC? Und dort gab es ein Trainergerücht, welches von der Sportbild berufen wurde. Die Sportbild hat gesagt, Hertha BSC hat bei Edin Terzic angefragt, ob Edin Terzic, der aktuelle Sportdirektor, beziehungsweise nicht Sportdirektor, sondern technischer Direktor vom Borussia Dortmund, Interesse hätte, bei Hertha BSC als Trainer anzufangen. In Hertha BSC, beziehungsweise in unserer Führungsetage, ist man sehr unzufrieden aktuell mit Paldaday. Man ist unzufrieden, dass Paldaday das Spiel ohne System angeht, dass man allgemein sehr viele taktische Missverständnisse hat, dass die Kaderatmosphäre nicht stimmt und dass es intern, wo es sehr viele Meinungsdifferenzen geben wird. Und deswegen sucht sich Freddy Bobic ein neuer Trainer. Ein Kandidat soll dabei Edin Terzic gewesen sein. Der 38-jährige Trainer hat bereits Borussia Dortmund trainiert und hat dort 32 Spiele mit dem Verein absolviert und hat in diesen 32 Spielen einen Punktedurchschnitt von 2,00 absolviert und hat damit einen ähnlichen Punktedurchschnitt wie Lucien Freiber absolviert, welchen er ersetzt hat. Ja, Edin Terzic ist ein sehr junger Trainer und hat bereits in der Bundesliga bewiesen, dass er eine starke Leistungsbereitschaft aus den Spielern herausholen kann. Er hat die Spieler motiviert, er ist vor allem aber auch mit taktischen Klügen eingefallen. Das heißt, er war insgesamt ein sehr durchschnittlich starker Bundesliga-Trainer und ist vor allem durch seine Sympathie mir im Gedächtnis geblieben. Und ich muss sagen, sollten wir ihn verpflichten, aber danach sieht es leider momentan nicht aus, wäre das schon ein guter Deal, obwohl ich natürlich Paldaday weiterhin voll und ganz vertraue. Edin Terzic aber hat das Angebot abgelehnt, hat die Anfrage abgelehnt und zurückgewiesen. Das heißt, wir stehen weiter mit Paldaday, was ohnehin keine schlechte Option ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich eine komische Situation, wenn Freddy Bobic auf der Pressekonferenz damit konfrontiert wird, dass der Trainer, der neben ihm sitzt, ersetzen, dass er ihn ersetzen wollte. Das ist eine komische Konfrontation und deswegen hat Freddy Bobic dieses Gerücht auch absolut dementiert. Was anderes hätte er dort nicht machen können. Er hätte ja nicht sagen können, yo, doch habe ich genauso geplant. Weil das wäre natürlich respektlos gegenüber den Leistungen von Paldaday. Denn Paldaday ist ohne Wenn und Aber eine der prägendsten Personen in unserem Verein und hat es auf jeden Fall verdient, einen würdigen Abschied zu bekommen. Auch wenn momentan sehr viele Leute unzufrieden sind mit Paldaday. Weil ich bin zwar auch unzufrieden, aber wenn Paldaday bleibt, dann bleibt er halt. Das ist für mich jetzt nicht dieses Problem. Ja, dann gehen wir mal auf die Verletztenliste ein, die wir hier momentan haben. Wir haben zwei neue Verletzte dazu gewonnen. Und zwar zum einen Jean-Toronarie hat sich beim Spiel Bochum gegen Hertha eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen und wird für die kommenden Wochen im Trainings- und Spielbetrieb ausfallen. Das ist sehr, sehr bitter, weil jetzt müssen wir in der Innenverteidigung, sollten wir weiter auf eine Dreierkette setzen. Und so sieht es aus mit Linus Gechterplan. Denn auch Martha und Dahlia, dahinter steht auch noch ein Fragezeichen. Aber dafür ist Davy Selke wieder fit geworden. Aber Jean war nicht nur der einzige Ausfall an diesem Spieltag, sondern natürlich auch Lukas Klünter, welcher sich an der Schulter, eine Schulterverletzung zugezogen hat und einen operativen Einbrief, wo er sich unterziehen muss. Und damit wird er für den Trainings- und Spielbetrieb erstmal nicht zur Verfügung stehen. Und das ist einfach sehr, sehr bitter, denn Lukas Klünter ist ja ein Mentalitätsspieler, der nicht rumheult, wenn er mal zwei Spiele nicht spielt. Und Lukas Klünter hat immer und immer alles gegeben für den Verein, auch wenn es manchmal seine Qualitäten nicht mehr hergegeben haben. Ja, damit fallen jetzt insgesamt vier Spieler für das Spiel aus. Rune Jahrstein natürlich noch im Aufbautraining nach überstandener Herzmuskelentzündung. Lukas Klünter, wie bereits gesagt, Jean, wie bereits erwähnt, und Stefan Jovetic. Alle anderen Spieler sind zur Verfügung, außer Martin Dardai, dahinter steht auch ein Fragezeichen, und Christoph Biontek. Dahinter steht auch noch ein Fragezeichen, denn Christoph Biontek hat lange Zeit nicht gespielt, fiel jetzt rund drei, vier Monate seit dem Schalke-Spiel aus, hatte ja einen Bruch, und den musste er jetzt erstmal überstehen, und das muss jetzt ein bisschen Spielpraxis sammeln, und langsam rangeführt werden. Aber, wie geht denn jetzt Hertha BSC dieses Spiel an? Dazu habe ich eine Aufstellung gearbeitet, und zwar folgende Aufstellung, wie ich, ihr seht die natürlich hier auch eingeblendet, wieder in einer Dreier- bzw. Fünferkette, mit Schwodo im Tor, und in der Innenverteilung würde stark Toussaint und Boyata spielen. Toussaint könnte in die Innenverteilung rücken, wenn Pahl Dardai nicht auf Gechter setzen würde, wobei es in der Pressekonferenz genau so klang, dass man auf Linus Gechter setzen wird, und meiner Meinung nach wäre Linus Gechter auch die bessere Alternative, denn Linus Gechter hat für mich gute Leistungen in Fürth gezeigt, und das ist für mich ein absoluter Paradebeispiel, wie für Spieler aus unserer Akademie, und David würde Linus Gechter wahrscheinlich richtig, richtig gut reinpassen in die Mannschaft. Dann links von ihm stark, rechts von ihm Boyata, oder halt Linus Gechter aufs Recht stellen, und dann Boyata in die Mitte ziehen, dann hätten wir wieder mal unsere beiden Flügel, Außenschinenspieler, auf rechts Cefuik, Cefuik war leider als Ersatz für Klünter, wobei man sagen muss, Klünter hat nicht schlecht gespielt, Cefuik war leider am Gegentor beteiligt, und hat nicht die offensiven Akzentegesetz gegenführt. Plattenhard ist wieder fit, Jastrzemski wird dann wahrscheinlich auf die Bank rücken, und Mittelstadt wird dann auch erstmal nur auf die Bank rücken, wobei man sagen muss, Plattenhard ist natürlich offensiv jetzt auch keine Granate. Im Zentrum würden dann Toussaint, oder Askassiba spielen, einer halt, der den Ball erobert, und den Ball weitergeben kann, und Serdar muss auf die 8, denn Serdar rückt von da aus in die Box rein, und kann dann von da aus den Abschluss suchen, das hat er bereits beim letzten Mal erwiesen. Und dann wieder zwei Offensivspieler, wenn man nicht sogar nur mit einem Offensivspieler sitzt, und dann so Darida er da hinstellt, das ist noch unklar. Maoli da hat sich, seit seinem Tor natürlich für die Startelf beworben, wird deswegen höchstwahrscheinlich in der Startelf stehen, davon gehe ich aus. Marco Richter, welcher momentan unsere einzige Option ist, welche offensiv variabel spielen kann, und Isak Belfodir. Isak Belfodir hat laut Pardada ein gutes Spiel absolviert, und es ist auch logisch, dass sowohl Maoli da und Richter einen Wandspieler brauchen, das könnte Isak Belfodir sein. Man muss halt auch sagen, dass diese Spieler einen Wandspieler brauchen, denn Maoli da und Richter sind beide sehr kleine, so vom Körperbau auch nicht so die Wandspieler, das heißt, die brauchen auf jeden Fall jemanden, wie Belfodir vorne drin. Und das wäre dann ungefähr die Aufstellung, so könnte man ins Spiel reingehen, natürlich statt Toussaint Linus Gechter, Toussaint könnte man statt Santi spielen lassen, weil Toussaint hat ein gutes Spiel absolviert. Serdar könnte natürlich auch noch neben Wladimir Darida weiter vorne stehen und dafür der Maoli da rauskicken. Das sind alles Fragen, die muss Pardada dann am letzten Tag zusammen mit seinem Trainerteam klären. Und damit kommen wir jetzt zur Zusammenfassung dieses Videos. Wir haben zum einen Edin Terzic, wo eine Anfrage von Hertha BSC eingekommen ist, aber er hat die Anfrage abgelehnt. Dann haben wir eine breite Verletztenliste, leider ergänzte Jean-Toran Riga und Lukas Klünter. Und zum Abschluss haben wir diese Aufstellung einem auch durchgegangen. Das heißt, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr euch nicht getan habt. Liked gerne dieses Video und dann bis morgen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.